moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in dem zombie video möchte ich euch zeigen wie ihr ganz leicht die visitenkarte der ambos freischalten könnt und zwar müsst ihr für diese visitenkarte in runde 11 die evakuierung schaffen aber ihr dürft nur nahkampf angriffe benutzen also keine nukes keine waffen nur mit dem messer da gibt es halt einen ganz einfachen trick leute und zwar sucht ihr euch einen kumpel und dieser kumpel kann alle kann die nukes aufheben oder er kann den kriegsmaschinen oder mit normalen waffen spielen und so bei der evakuierung die ganzen zombies töten solange ihr selber mit also die person mit dem messer nicht schießt oder sonst was ist das alles egal ihr kriegt die visitenkarte trotzdem ich zeige euch das mal wie ihr seht ich habe die ganze runde nur mit dem messer gespielt und mein kollege ballert damit der kriegsmaschine tötet ganz schnell die zombies hat affenbomben sich hergestellt auch so noch 24 feinde das kann man auch solo machen aber so geht das halt viel viel einfacher er ist tot gegangen weil ich muss den kurz hoch holen und die letzten zwei so leute jetzt steigen wir in helikopter ein und ich werde die visitenkarte bekommen hier der ambos das war es auch mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die leute die noch zum beispiel das ist nicht geschafft haben ich streame öfters auf twitch und dort helfe ich euch auch bei den easteks leute ansonsten ciao und bis zum nächsten mal